Was ist ein Intrarollenkonflikt und was ist ein Interrollenkonflikt? Worin liegt der Unterschied und wie kann mit diesen Konflikten umgegangen werden? In diesem Video schauen wir uns das Ganze anhand von anschaulichen Beispielen einmal genau an. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um den Intrarollenkonflikt und den Interrollenkonflikt. Lasse gerne ein kostenloses Abo da, um keines der wöchentlichen Videos mehr zu verpassen und die Arbeit hinter dem Erzieherkanal zu unterstützen. Und jetzt viel Spaß bei diesem Video. Die soziale Rolle Um den Interrollenkonflikt und den Intrarollenkonflikt zu verstehen, ist es sinnvoll, sich vorab anzuschauen, was überhaupt eine soziale Rolle ist. Als eine soziale Rolle versteht man die Summe der von einer Person erwarteten Verhaltensweisen, welche auf das Verhalten anderer Personen abgestimmt ist. Oder um es ganz einfach zu sagen, eine soziale Rolle ist, wie ein Mensch sich in verschiedenen Situationen verhalten soll, basierend auf seiner Position, Funktion oder eben auf seiner Rolle. Zum Beispiel haben Lehrer die Rolle zu lehren und Eltern haben die Rolle zu erziehen. Insgesamt sind soziale Rollen Verhaltensmuster, die von der Gesellschaft festgelegt werden. Eine soziale Rolle ist dabei von anderen Rollen abzugrenzen. Das bedeutet, dass jede Rolle eigene Rechte und Pflichten umfasst. Teilweise sind soziale Rollen sogar aufeinander angewiesen. Ein Beispiel hierfür ist die Elternrolle und die Kindrolle oder auch die Lehrerrolle und die Schülerrolle. Ohne die eine soziale Rolle würde es die andere nicht geben. Außerdem besteht eine soziale Rolle unabhängig von der Person, welche die Rolle inne hat. Die Lehrerrolle weist beispielsweise personenunabhängige Rechte und Pflichten auf. Für jede Rolle gibt es gewisse Erwartungen, welche an sie gestellt werden. In jeder Rolle gibt es aber einen gewissen Handlungsspielraum für Personen. Kommen wir jetzt zu den Konflikten. Was ist ein Interrollenkonflikt? Der Interrollenkonflikt stellt einen Rollenkonflikt dar, welcher aufgrund verschiedener Rollen einer Person und widersprüchlicher Erwartungen an diese entsteht. Dieser Rollenkonflikt tritt vor allem dann auf, wenn eine Person in einer Situation zwei oder noch mehr Rollen gleichzeitig einnimmt. Die Erwartungen, Rechte und Pflichten der Person sind also gar nicht oder nur sehr schwer unter den Rollen dieser Person vereinbar. In der Theorie klingt das jetzt komplex, aber anhand eines praktischen Beispiels ist das Ganze besser zu verstehen. Sabine arbeitet in einem Kindergarten. Durch das anstehende Sommerfest und unerwartet viel organisatorische Arbeit erwartet die Leitung der Einrichtung Mehrarbeit von ihrem Personal. Durch die Mehrarbeit kommt Sabine später nach Hause und kann weniger Zeit mit ihren Kindern verbringen. Sabine steht einem Interrollenkonflikt gegenüber. In der Rolle als Erzieherin wird von ihr erwartet, dass sie sich mit Mehrarbeit an der Planung des Sommerfests beteiligt. In der Rolle als Mutter wird von ihren Kindern erwartet, dass sie Zeit mit ihnen verbringt. Diese widersprüchlichen Erwartungen, Mehrarbeit vs. Mehrzeit mit Kindern, an diese beiden Rollen, Erzieherin vs. Mutter, stellen den Interrollenkonflikt dar. Was ist ein Intrarollenkonflikt? Der Intrarollenkonflikt stellt einen Rollenkonflikt dar, welcher aufgrund unterschiedlicher Erwartungen an eine Rolle einer Person entsteht. Es kommt also zu einem Konflikt innerhalb einer Rolle einer Person. Der Intrarollenkonflikt tritt häufig dann auf, wenn an die jeweilige Person andere Personen mit widersprüchlichen Erwartungen und Ansprüchen gestellt werden. Auch das klingt in der Theorie wieder komplex. Schauen wir uns deshalb auch den Intrarollenkonflikt einmal anhand eines Beispiels an. Die Leitung des Kindergartens erwartet von Sabine, dass sie den Gruppenraum pünktlich aufgeräumt hat, damit der Kindergarten rechtzeitig schließen kann. Gleichzeitig erwarten einige Eltern beim Abholen ihres Kindes eine kurze Rückmeldung zum heutigen Tag. Sabine muss sich entscheiden, ob sie sich dafür Zeit nimmt und die Leitung enttäuscht oder ob sie die Eltern enttäuscht, dafür aber die Erwartungen der Leitung erfüllt. Sabine steht in ihrer Rolle als Erzieherin aufgrund dieser widersprüchlichen Erwartungen an sie vor einem Intrarollenkonflikt. Eine vollständige Aufhebung der Rollenkonflikte ist nicht möglich. Es können lediglich unterschiedliche Strategien zum Umgang entwickelt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, sich bei dem Intrarollenkonflikt, also dem Konflikt innerhalb einer Rolle und widersprüchlichen Erwartungen an diese, auf einen Aspekt der Erwartungen zu konzentrieren und zu fokussieren. Bei dem Intrarollenkonflikt, also dem Konflikt aufgrund widersprüchlicher Erwartungen an verschiedene Rollen einer Person, kann sich die Person auf eine Rolle konzentrieren. Bei beiden Umgangsformen der Rollenkonflikte sollten die Konsequenzen gut durchdacht werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, mit Einschränkung des Ergebnisses zu versuchen, möglichst viele Erwartungen bestmöglich zu erfüllen. Empfehlenswert ist aber vor allem, egal bei welchem Rollenkonflikt, die Kommunikation zwischen Rollenträger und der Person, welche die Erwartungen stellt. So kann es möglich sein, Empathie zu schaffen, den Rollenkonflikt und die widersprüchlichen Erwartungen damit etwas abzuschwächen. Teilweise ist auch eine Modifizierung der Erwartungen so möglich, dass es zu einem Kompromiss kommen kann. In Sabines Beispiel mit dem Intrarollenkonflikt und der Mehrarbeit aufgrund des Sommerfests könnte eine Möglichkeit sein, dass Sabine die Mehrarbeit zu einer anderen Zeit leistet und somit nachmittags pünktlich zu ihren Kindern kann.